Willkommen in Ottergring. Das ist Sammy, der hier alles zusammenhört. Hallo. Das ist Valerie, die in Ottergring was verändern will. Ich will diesmal was mit mehr sozialer Relevanz machen. Über die Schattenwirtschaft im europäischen Suproletariat. Und plötzlich. Hey! Wenn du jetzt wiederum bist, dann zieh dich aus. Sind sie gezwungen. Das verschwindet. Gemeinsam zu handeln. Magst du deinen Retter nicht auf einen Drink anladen? Baggerst du mich grad an? Klar. Eine Hand wäscht die andere. Krimineller.